In diesem Video zeige ich euch, was typeof, null und instanceof sind. In diesem Video machen wir da weiter, wo wir im letzten Video aufgehört haben, d.h. falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, schaut es euch erst an, bevor ihr dieses Video hier guckt. Ansonsten öffnet wieder die Konsole, da wir da weitermachen, wo wir im letzten Video aufgehört haben, brauchen wir unsere Database, deswegen kopiere ich die hier rein, also die Database, die wir mal geschrieben haben und die wir mit einem Prototyp dann so erweitert und verändert haben. Und auch die Cast-Database aus dem letzten Video brauchen wir, deswegen kopiere ich auch die hier rein. Ich erstelle mal eine Variable, die ich Cast nenne und die setze ich auf eine neue Cast-Database. Und jetzt füge ich in die Cast-Database etwas ein, nämlich Jodie Foster. Female und Geburtstag ist der 19. November 1962. Gucken wir uns mal unsere Datenbank an, also diesen Datenbankeintrag quasi jetzt nur. Und da haben wir hier diesen Eintrag mit dem Namen Jodie Foster, Gender Female und Birthday ist das. Jetzt hatte ich ja im letzten Video gesagt, dass ich diese Insert-Methode deswegen verändern möchte, damit man nicht einfach irgendwelche willkürlichen Objekte übergeben kann. Ich will, dass die Informationen Name, Geschlecht und Geburtsdatum auf jeden Fall halt übergeben werden. Aber es kann ja auch sein, dass man die mit einem Objekt übergibt. Also so wie jetzt hier, dass ich hier ein Objekt daraus mache und dann auch hier auf jeden Fall Name, Geschlecht und Geburtsdatum drin hab. Was passiert, wenn wir das übergeben? Es passiert gar nichts, es gibt keine Fehlermeldung oder sonst was, also was ist da jetzt passiert? Gucken wir uns mal unsere Datenbank nochmal an. Hier haben wir nochmal das erste Objekt, da ist alles super, und wie sieht jetzt das zweite Objekt aus? Da ist der Geburtstag undefiniert, das Geschlecht ist auch undefiniert und der Name ist ein Objekt, und zwar da, wo wir jetzt all die Daten drin haben. Das ist jetzt natürlich schlecht, das ist ja jetzt überhaupt nicht so, wie wir es haben wollten. Wir haben zwar die Parameter der Insert-Funktion Name, Gender und Birthday genannt, aber dadurch ist nicht sichergestellt, dass die auch wirklich übergeben worden sind oder übergeben wurden. Wir müssen die Insert-Funktion also nochmal verändern. Kopieren wir die mal hier rein und jetzt müssen wir irgendwie feststellen, ob die Parameter, die übergeben wurden, tatsächlich die gewünschten Parameter sind. Wie machen wir das? Ich könnte hier irgendwie gucken, ob es überhaupt übergeben wurde, also zum Beispiel mit if Ausrufezeichen name. Falls name nicht übergeben wurde, ist es undefined, also ein Falsy-Wert, und den negiere ich dann zu true, wenn ich da ein Ausrufezeichen vorschreibe. Aber das wäre in diesem Fall auch durchgegangen, weil object wurde ja übergeben, d.h. name war nicht undefined, weil es übergeben wurde. Das heißt, wir müssen irgendwie eine andere Möglichkeit finden. Und eine Möglichkeit wäre, zu gucken, ob der Name überhaupt ein String ist. Wie mache ich das? Ich schreibe typeof name string. Was ist hier passiert? Mit dem typeof-Operator kann ich den Datentyp eines Wertes herausfinden. Typeof und dann halt irgendein beliebiger Wert ergibt den Datentyp in Stringform. Das heißt zum Beispiel, typeof von irgendeiner Zahl, wie da 42, typeof 42, würde den String number zurückgeben. So ist das bei allen Datentypen, bei allen Datentypen wird der Name des Datentyps als String kleingeschrieben zurückgegeben, außer bei einem Datentyp, und das ist null. Null ist der letzte Datentyp, den ich euch vorstelle, den habe ich euch bisher noch nicht vorgestellt. Null ist, wie undefined, ein Datentyp für nichts. Man setzt das da ein, wo ein Objekt erwartet wird, aber keins ist. Der Datentyp null hat, genau wie undefined auch, nur einen einzigen Wert, und zwar null. Wie undefined auch ist auch null ein falsi-Wert. Bei Zahlen ist ja nur null falsi, bei Strings sind nur leere Strings falsi, aber bei undefined und null haben die Datentypen ja nur einen einzigen Wert und dieser Wert ist falsi. Übrigens, diese beiden Ausrufezeichen, die ich da hingeschrieben habe, das ist eine doppelte Negation. Also ein Ausrufezeichen negiert einen Wert und würde zum Beispiel aus einem falsi-Wert einen true machen und ein zweites Ausrufezeichen macht aus dem true dann wiederum ein false. Das heißt, dadurch könnt ihr aus truthi-Werten true machen und aus falsi-Werten false. Und dadurch könnt ihr halt solche truthi-false-Werte in echte bullsche Werte umwandeln. Aber kommen wir jetzt mal wieder zurück zum typeof-Operator. Wenn man sich das so anguckt, würde man denken, dass typeof null null ergeben würde, aber das ist nicht so. Typeof null ergibt object. Der Wert null vom Datentyp null ist also laut typeof-Operator ein Objekt. Das wäre ja schon verrückt genug, aber es wird noch verrückter. Denn jetzt kommen wir zu der nächsten Sache, die ich euch in diesem Video hier vorstellen möchte, nämlich instanceof. Mit instanceof könnt ihr überprüfen, ob ein Objekt die Instanz von irgendwas ist. Also zum Beispiel, wenn ich eine Instanz von CastDatabase mache, also mit newCastDatabase das instanziere und das dann in der variablen cast speicher, dann kann ich fragen, ist dieses Objekt in der variablen cast eine Instanz von CastDatabase? Ja, das ist es. True. CastDatabase erbt allerdings von database. Würde ich jetzt fragen, isCastInstanceOfDatabase, würde auch da true rauskommen. Und database wiederum erbt letztendlich von object, weil alle Objekte von object erden. Object ist quasi immer ganz zum Schluss in der Prototype-Chain. Und deswegen kommt auch true raus, wenn ich frage, isCastInstanceOfObject? Ja, das ist es. Dasselbe passiert, wenn ich so ein einfaches Objekt erstellen würde, das ja dasselbe ist wie newObject, also eine Instanz von object, wenn ich dann frage, isObji, also diese Variable obji mit dem einfachen Objekt, instanceOfObject, kommt auch da true raus. Dasselbe passiert auch mit arrays, denn arrays sind ja auch kein eigener Datentyp, sondern arrays sind Objekte, das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Und wenn wir da fragen, is das array instanceOfObject? dann kommt auch da true raus. Das findet ihr bei allen Objekten, alle Objekte erben irgendwann von object und deswegen sind alle Objekte instanceOfObject. So. Und wenn ich jetzt die Variable obji auf null setze und dasselbe mache, kommt false raus. Null ist also keine Instanz von Objekt, das heißt null ist eigentlich kein Objekt. Aber null ist ein Objekt, laut typeof-Operator. Typeof sagt null ist ein Objekt, instanceOf sagt null ist kein Objekt. Also das ist ziemlich verwirrend und sehr unintuitiv. Null hat ja viele Parallelen zu undefined und wenn wir die beiden vergleichen und gucken, wo die vorkommen, dann finden wir undefined überall, wo wir zum Beispiel eine Variable deklarieren, die wir aber nicht definieren, also der wir keinen Wert zuweisen. Undefined kommt bei allen Funktionen zurück, die keinen Rückgabewert haben, also undefined kommt einfach immer zurück, auch wenn man keinen Return-Wert hat. Wenn man bei einem Objekt Properties auslesen möchte, die es nicht gibt, dann kommt auch da undefined zurück oder dann sind die halt undefined undefiniert. Die Parameter einer Funktion, die nicht übergeben wurden, sind auch undefined, das habt ihr ja eben auch gesehen, gender und birthday waren undefined, weil die halt nicht übergeben wurden. Und natürlich ist alles undefined, was explizit auf undefined gesetzt wird. Jetzt schauen wir uns mal null an. Wo kommt null in JavaScript vor? Im Grunde nie, es sei denn, es wird explizit was auf null gesetzt. Die einzige Ausnahme ist, dass null auch das Ende einer jeden Prototyp-Kette markiert und das ergibt auch Sinn, weil die Prototyp-Objekte alle Objekte sind und dann wäre das letzte Objekt quasi ein Objekt laut Typ, das aber gleichzeitig kein Objekt ist. Aber das ist vorrangig Definitionssache und ich weiß nicht, ob das wirklich die Präsenz eines eigenen Datentyps legitimiert. Unterm Strich muss ich sagen, undefined ist total nützlich, das kommt überall drin vor, das ist ein wichtiger Teil in JavaScript, aber null ist in JavaScript völlig überflüssig. In anderen Sprachen macht das Sinn, in anderen Sprachen hat man kein undefined und da gibt es aber auch ein null und da übernimmt dieses null dann die Aufgaben, die in JavaScript das undefined übernimmt, aber in JavaScript ist null meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach völlig überflüssig und man braucht es überhaupt nicht, deswegen stelle ich das nämlich auch so spät hier in dieser Videoserie vor. Das heißt, mit typeof können wir überprüfen, ob die Parameter wirklich den Typ haben, dem sie entsprechen sollen. Name soll vom Typ String sein und Gender soll ebenfalls vom Typ String sein. Ich mach das mal, ich mach hier mal einen Zeilenumbruch rein und birthday soll ein Date-Objekt sein. Das heißt, da können wir den instanceof-Operator nehmen, um das zu überprüfen. Und wenn all das zutrifft, dann haben wir die richtigen Parameter und dann können wir das in die Datenbank einfügen. Jetzt lösche ich nochmal die Datenbank und probiere nochmal, das Objekt einzufügen und gucke jetzt nochmal nach, ob es in der Datenbank gelandet ist. Nein, das ist es nicht, der Rückgabewert ist ein leeres Array, das heißt, das Objekt wurde nicht in die Datenbank eingefügt. Allerdings enthält das Objekt ja all die Informationen, die wir haben wollen, das heißt, eigentlich könnten wir das doch auch ermöglichen, dass man Objekte einfügen kann. Und da ist es von Vorteil, dass wir jetzt diesen typeof-Operator kennen, denn mit dem können wir das umsetzen. Denkt einmal kurz nach, wie man das hinkriegen könnte, dass man sowohl Name, Gender und Birthday übergeben kann, als auch alternativ ein Objekt mit diesen Daten. Pausiert das Video und probiert's mal aus, ansonsten zeige ich euch das jetzt. Wir können hier else if schreiben und dann überprüfen, ob der erste Parameter, also Name, ein Objekt ist. Und wenn das der Fall ist, dann, ich kopiere mal hier das erste if, dann müssen wir natürlich überprüfen, ob die Properties des Objektes gesetzt sind und wirklich die Werte haben, die wir haben wollen. Das heißt, wir überprüfen, ob Name.name ein String ist, ob Name.gender ein String ist und ob Name.birthday Instance of Date ist. Und wenn all das gegeben ist, dann ist dieses Objekt, das hier im ersten Parameter Name übergeben wurde, halt so, wie wir das haben wollen und dann können wir das unverändert einfach in die Datenbank übergeben. Führen wir das mal aus und jetzt rufen wir nochmal diese Insert-Funktion auf, wo wir das Objekt übergeben und gucken wir uns mal an, wie die Datenbank jetzt aussieht. Und da ist nun tatsächlich das Objekt drin. Aber wie wär's, wenn wir es ermöglichen würden, dass man nicht nur ein Objekt übergeben kann, sondern zwei oder sogar drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben oder acht, ihr bekommt die Idee. Wie wär's, wenn man das ermöglichen könnte, dass man eine unbestimmte Anzahl an Parametern übergeben kann? Ist das überhaupt möglich? Kann man das machen? Ja, man kann! Wie das geht, das zeige ich euch im nächsten Video. Um das nächste Video zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei css3html5.de, bleibt einfach dran! T Vielen Dank.